hallo leute und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft wir gehen gleich in die welt rein ja laut man die so genau wir hatten ja okay das bisschen komisch aber egal würde jetzt kaputt war oder ist hier so erst mal ich habe auch mal unsere iron leggings das wird breakdance schon wieder wir hatten ja zuletzt ein bisschen eisen gefarmt vor ich aufgehört habe aufzunehmen ich hätte mir noch ein eisen hat kommt auch noch rein und wir wollen ja schließlich zu viel reparieren vielleicht an kannst das ja noch sein sie darf nicht was wird eigentlich was kaputt sein ist ja nicht sehr blöd ich könnte eine neue angemacht oder haben wir noch eine wenn wir noch eine haben das ganz gut wir haben nicht anscheinend da schlecht dann hier haben wir nicht okay das hier ist kommt auf anhabe genommen nein handlar das heißt kann das auch keine neue angel machen ich hätte verzaubern können da glaube ich hier ich gerne hier eine kurze runde so da so st jetzt nicht mehr so stark ja so kann ob die feiern drin flotswoll-seite ich doch hier hat es der ag es er die ist die es zu gehen es geht gut was nur alles die kasten mit der man sucht und nicht so möglich nicht so leicht möglich lange mal weiter eigentlich fehlt unser haus noch ein bisschen was aber das können wir jetzt nicht machen wo klangfisch die bereiche sitzen besser ausfindig genau braucht noch einiges an zielen ich weiß nicht vielleicht sollten wir weggehen weil wir brauchen noch dschungel brauchen wir noch und der hatte ich mir glaube ich auch immer noch was aufgeschrieben wo die sind was aber nicht auswendig ja ich weiß nicht es ist nicht allzu groß lustig zu gehen weil der ja eh nicht ist dann stimmt oder so und wieso kommen wir keine fische okay ein rohr salmone ein rohr salmone genannt wird nicht mehr auf deutsch vielleicht fällt es euch ein so wir hatten noch ein bisschen getreide bevor wir ich weiß nicht mehr was ich sagen wollte ich wollte noch eine kleine reise machen diesmal aber nach süden oder so nachdem wir geschlafen sind genau nachdem wir geschlafen haben ja da ist so hin und so zu 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 dort durch mich aus dem moment und künstler auch mit sich zieht es braucht wir nicht nur die kreis können auch benutzen wir hatten auch noch kohle gefahren genau hier sind das heißt hier so und aus dem glas können wir dann übrigens also ein bisschen was machen genau das fleisch das mutter das rohe hühnchenfleisch was denn immer mit das die eier brauchen ganz dringend jetzt die knochen voll brauchen wir nicht sonst noch was wir können auch das hier mitnehmen das eisen hier mit das glas ich weiß nicht mehr genau was man sprechen wollte aber das wollte ich sicherlich davon sprechen wenn es mir einfällt ich sag es direkt wieder und ich möchte aber umfällt es zurzeit einfach nicht ein eine stöcke da müssen ganz was ein baulchen fällen gehen hier draußen wenn ich nicht unsere fette akazie viel zu wertvoll dafür ich habe keine ahnung es liegt wahrscheinlich liegt es einfach daran dass ich kein optifon habe ich hasse nicht ohne optifon zu spüren was geht und nicht anders und ich kann auch nicht einfach die 164 zurück wechseln weil dann die ganz frische zum beispiel weg werden ich bin dann die widerspiegten müsste was auch für der langweilig werden so so ähm 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 dass sie gut dahin sie sieht es kommt da rein der einen ist ein teil auch wir könnten zwei stein spitzakten mitnehmen für den fall dass sie benötigen nicht schweinefleisch noch rein wenn wir sonst noch was wir benötigen könnten es ließ die mannschaft ist das immer hier Prozent ein bisschen Kabelstump können mitnehmen für so ein Stack um so auf jeden Fall schon mal und der Pompkipartner Prozent und zwar Küchlein und dann noch ein bisschen ein bisschen Brot da gibt auch nicht so viel wir versuchen gerade noch mal ein Jingle Temple zu finden oder so es wäre sehr toll wenn wir einen finden könnten und dass ich nicht mehr sterben ich meinte zwar vor einer Zeit dass ich das nicht mehr tun würde aber das muss ja so sein naja das ist halt einfach so ganz normal im Leben wir können hier vielleicht auch grad noch mal ein bisschen Essen mitnehmen oder Weizen in dem Fall what the fuck leckt das Leute da was hin da was hin da noch mal was hin ähm wir nehmen hier das Getreide doch mit und da drüben ist kein Getreide mehr was wir mitnehmen können ok die haben wir auch gar nicht dabei das ist jetzt schmutz einfach hier die Siegz weg und ich fasse die Karotte noch auf ähm so genau wir gehen jetzt ausnahmsweise in die Richtung hier ich seh da hinten grad noch mal ein bisschen Zucker war das nehmen wir grad mit ich dachte grad da wär an diesem Namen unter der Erde was sehr komisch gewesen wäre aber das war anscheinend nur eine optische Täuschung so und jetzt zeug ich grad noch ne Idee wir bauen uns am besten ein kleines Boot damit fahren wir jetzt mal ein bisschen weg so ähm ja sieht es nicht toll aus also das sind nur Squid Kupfe das heißt wir können uns ganz gechillt fahren wir sind schon dabei etwas mehr als 10 Minuten die Zeit geht noch nicht so schnell vorbei ok das sieht aus wie ist das ne Insel oder ist das Land viel Land halt sieht aus wie ne Bucht es wär sehr gut wenn es hier jetzt ne Bucht oder so wäre weil ich wollte nämlich auch noch äh ja doch das passt ja komm Boot kaputt zwar ähm ja genau wir können eigentlich alles mitnehmen und zu kurzem haben wir werden wahrscheinlich immer noch ganz kurz vorbeikommen und auf der Heim diese WTF ist leckt ja super das sieht auch wie ne lustige Struktur aus der hinten ist ich kann das leider hatten hier mit optisch zum äh auch die feinen Randzoome sorry aber das muss ich einfach noch nichts das Geräusch schalten ne so ähm wir springen hier einfach mal runter ich hätte vielleicht auch mein Schwert ausführen sollen dann hätten wir jetzt nur so viel Herzschlund Damage gekriegt aber egal so ähm ja ja wir müssen mal darüber und dann die ganze Zeit die halbe Zeit die halbe Zeit die halbe Zeit was wahrscheinlich nur daran liegt dass ich ganz sehr viele Programme auf und hab ja ich glaube ich glaube ich sollte ein bisschen mehr reden aber ehrlich ich weiß nicht worüber schreibt mir bitte in die Kommentare was ich reden soll weil ich weiß nicht was euch so interessiert so ein Team so wir fahren hier grad noch mal eine Runde hoffentlich erreichen wir innerhalb der nächsten 2 Minuten äh in den nächsten 2 Minuten ja doch passt äh noch mal Land jo so ich werde wahrscheinlich auch zum nächsten mal ein kleines Live Commentary aufnehmen oder so äh Back of 2 ich weiß nicht ob ich das schon erwähnt habe ich bin mir nicht sicher also Live Commentary nicht wirklich Live Commentary heißt äh oder wie man das nennt sondern eher ähm ich nehme halt auf während ich COD zocke oder ne Survival Games habe ich keinen großen Bock darauf ja gut ähm wir sind jetzt auch schon wieder bei 13,5 Minuten wir fahren glaube ich mal ein bisschen weiter vielleicht haben wir ja Glück und das hier ist ein Land äh ein großes Stück Land das sieht aber weniger dann noch aus oder ne ich weiß nicht dass ich die will doch schade ja aber da ist ein Schweinchen drauf das ist gut leck nein komm schon wegen behindert leck hat es jetzt gerade eben das Boot kaputt gemacht warte jetzt musst du dafür sterben schweinchen dies hätte auch so sterben müssen aber jetzt hatte ich wenigstens Grund dafür dass ich sterben musste ja danke wo ist leck so extrem aber da ist sich ist wow das ist cool die gibt es anscheinend auch in die Höhle ist das heißt wir bleiben hier wir bauen jetzt nur hier ganz kurz ein weil die Folge jetzt auch schon zu Ende ist ähm ich mach mal was jetzt noch äh vier Stück halt ähm ja dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst ne Bewertung da und bis zum nächsten mal ciao so 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 so